Ja, herzlich willkommen. Hallo. Ich weiß, es ist schon spät, ein langer Tag. Trotzdem sind dann doch einige Menschen hierhergekommen, um zu hören, was ich zu erzählen habe. Das freut mich. Was habe ich vor? Ich erlebe immer wieder, wenn ich mit Kolleginnen und Kollegen anderer Schulen spreche, dass das Hauptaugenmerk auf die Frage der technischen Umsetzung von Digitalisierungsprojekten in Schule gelegt wird. Das ist ohne Frage wichtig. Die Technik muss laufen, damit man überhaupt damit sinnvollen Unterricht gestalten kann. Gleichzeitig habe ich aber den Eindruck, dass die damit verbundenen pädagogisch-didaktischen Überlegungen hinten angestellt werden. Dabei bin ich der Meinung, dass man das zumindest parallel mitdenken sollte, um dann hinterher nicht bei Null anzufangen, sondern auch seine technische Lösung dahingehend optimieren zu können, was man später damit will. Und deswegen möchte ich heute an einem Tag, der überwiegend, glaube ich, unter den Vorzeichen der technischen Umsetzung stand, dann doch zum Abschluss, vielleicht als Überleitung zum Morgen, einige Aspekte des pädagogisch-didaktischen Mehrwertes von Einsatz von Informationstechnologie im Unterricht vorstellen. Das werde ich der Gestalt tun, dass ich erstmal auf grundsätzliche Vorteile eingehe, die aus meiner Sicht plattformunabhängig alle neuen Medien für Unterricht bieten. Ich selber komme von einer Schule, die ganz und gar auf Tablets setzt. Deswegen sind die Beispiele, die ich bringen werde, aus der Tablet-Welt. Das heißt aber nicht, dass diese Vorteile, die ich benenne, nicht zum Beispiel auch mit Desktop-Rechnern möglich wären. So viel vielleicht zur Vorrede. Also nicht wundern, wenn ich im Grunde sehr viel über Tablets rede. Wenn man darüber nachdenkt, denke ich, wird sehr schnell deutlich, dass die Vorteile, die ich benenne, eben plattformunabhängig zu realisieren sein werden. Ich habe heute Vormittag schon einen kurzen Vortrag gehalten und diejenigen, die da waren, bitte ich, bestimmte Redundanzen zu entschuldigen. Ich rede ja über dieselbe Sache, nur mit einer anderen Perspektive. Da lässt sich die eine oder andere Doppelung schlicht und ergreifend nicht verhindern. Übrigens, wir an unserer Schule, wir pflegen das skandinavische Du. Ich habe vorhin bei Twitter gelesen, dass hier auch so ein Konferenz-Du ausgelobt worden ist. Da bin ich sehr einverstanden mit. Ich bitte all diejenigen, die eigentlich gewohnt sind, mit Sie angeredet zu werden, mir zu verzeihen. Ich mache das jetzt einfach mit dem Du. Hier eine kurze Gliederung, was ich vorhabe. Gleich werde ich zwei, drei Sätze zu mir selber verlieren und dann eine sehr chaotische Grafik aufwerfen, die euch zeigen soll, dass wir im Grunde selber nach dem Motto Trial and Error vorgegangen sind, um dann letztlich zu der Lösung zu gelangen, die wir heute bei uns in Schule haben. Und dann geht es auch wirklich los mit der Fragestellung, welchen Mehrwert hat eigentlich Informationstechnologie im Unterricht? Ganz zum Schluss werde ich nochmal darauf eingehen, warum wir uns für Tablets entschieden haben, was aus unserer Sicht dafür spricht. Und noch einen kurzen Ausblick gegeben, oder will ich noch einen kurzen Ausblick geben, welche Ziele wir uns noch gesetzt haben. Ich hoffe, dass wir im Anschluss noch ein bisschen Zeit haben, vielleicht Fragen zu beantworten. Allerdings sehe ich gar nichts. Also wenn da Arme hochgehen, so what? Also müsst ihr vielleicht rufen oder so, Stefan, ich habe eine Frage. Und dann komme ich rum. Okay? Gut. Also wer bin ich? Ich bin Stefan Knapp, bin 48 Jahre alt, eigentlich gelernter Tischler. Habe dann 2002 nochmal regulär studiert, Referendariat gemacht und bin seit 2009 an der Georg-Christoph-Lichtenberg-Gesamtschule in Göttingen. Die Schule ist vielleicht bekannt vom Deutschen Schulpreis 2011. Sind wir ganz stolz drauf, aber wir beruhen uns nicht darauf aus, wir machen weiter. Meine Fächer sind Politik, Wirtschaft, Deutsch und eben Arbeit, Wirtschaft, Technik. Klar, als Tischler kann man auch Werkunterricht machen. 2009 habe ich direkt in der Schule angefangen als Fachbereichsleiter Neue Technologien und war damit, also mit der Digitalisierungsbemühung der Schule von Anfang an betraut und seit 2012 bin ich der ständige Vertreter des Schulleiters. Lernausgangslage, hier haben wir die erste Redundanz, das habe ich heute Morgen auch schon erzählt, werdet ihr alle kennen. Die Lerngruppen werden immer heterogener in ihrem Leistungsvermögen, das kennt ihr sicherlich alle. Insofern ist es nichts Besonderes bei uns. Bei uns ist vielleicht besonders, dass wir auf diese Heterogenität reagieren, indem wir die Schülerinnen und Schüler in leistungsheterogen und paritätisch besetzten Tischgruppen ein Jahr zusammenarbeiten lassen. Sitzen immer sechs Kinder zusammen, ein Kind mit sonderpädagogischem Förderbedarf, dann ein paar gymnasial empfohlene und ja, also ganz leistungsheterogen und wir haben keine äußere Fachleistungsdifferenzierung. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler, die werden ab Klasse 5 bis einschließlich Klasse 10 gemeinsam unterrichtet, ohne dass wir irgendwie A-, B-Kurse oder sowas bilden. So, jetzt kommt die angekündigte chaotische Grafik. Ich habe einfach mal versucht, unseren Entwicklungsweg im Hinblick auf Digitalisierung grafisch darzustellen und ich glaube, die wichtige Zeile ist ganz unten, da wo die Häkchen sind. Da wird deutlich, dass wir inzwischen nur noch vier PC-Räume haben, die brauchen wir für den Informatikunterricht. Ansonsten hat jedes Kind sein eigenes Elternfinanziertes Tablet. In dem Fall haben wir uns für Apple entschieden, das sind also iPads. Wir haben einen zentralen Server, der ist von iServe, die Jungs von iServe sind ja auch hier und wir haben ein Glasfasernetz im Haus, das inzwischen auf Gigabit LAN ertüchtigt ist und ein flächendeckendes WLAN. Das sind unsere technischen Voraussetzungen, die wir in Schule haben. Ich weiß, damit befinden wir uns wohl eher auf der Insel der Glückseligen. Also schnelles Internet, die Anbindung hat nicht jeder, nicht jeder hat ein Glasfasernetz im Gebäude, aber ich kann es nicht runterbrechen. Also das ist jetzt halt so die Situation und ich würde fast sagen, dass das auch eine Ausstattung ist, wenn wir schon bei Technik sind, die unbedingt gegeben sein müsste, zumindest was die Internetanbindung angeht und das WLAN, was jede Schule braucht, um erfolgreich Digitalisierung vorantreiben zu können. Sind Schulträger da? Ja, Stefan. Gut, genau wie ich hinhören. Kostet Geld, aber macht Spaß. Okay. Bitte? Sehr gut. Welche Kommune? Esslingen, klingt süddeutsch. Ah, gut. Sehr schön. Wahrscheinlich gesponsert von einem namhaften Automobilhersteller. Nein? Ich schlage nicht. Ich lobe an der richtigen Stelle. Sehr pädagogisch. Okay, fangen wir an. Wenn erst mal die technischen Voraussetzungen da sind, dann geht es natürlich los im Unterricht. Wie nutze ich das Ganze? Und mein Kollege Andreas Hofmann, der hier auch federführend diese Veranstaltung mitgestaltet hat, redet immer von der Substitution. Das ist das, was am schnellsten und am einfachsten zu realisieren ist. Gemeint ist, Dinge, die eigentlich auch analog funktionieren, digital zu ersetzen. Das sind eben so Sachen wie Verteilen von Arbeitsblättern. Ich gehe nicht mehr an Kopierer, mache 30 Kopien für die Schüler, sondern gehe in den Klassenraum und überspiele das über Airdrop, also so eine Funkübertragung. Die Präsentation, ich mache keine Lernplakate mehr, sondern die sind digital. Ich gehe nicht mehr an die Tafel, sondern kann über den Monitor, der in der Klasse hängt, die Arbeitsergebnisse der Schülerinnen und Schüler präsentieren. Ich kann meine Mappe digital führen, trotzdem handschriftlich, weil da gibt es ja diese praktischen Stifte. Hier sehe ich viel besser übrigens. Gut. Ja, also das sind alles Dinge, das geht alles analog. Dafür brauche ich eigentlich nicht zwingend ganz, ganz viel Geld in die Hand zu nehmen und so eine Schule digitaler Tüchtigen ist nice to have, but. Und jetzt kommt, weswegen ich hier stehe, eigentlich sind wir verpflichtet, den Mehrwert dieser digitalen Medien abzuschöpfen. Und dieser Mehrwert, den möchte ich jetzt gleich an einzelnen Beispielen genauer beschreiben. Und da werdet ihr auch ein paar Apps sehen, die wir im Unterricht benutzen. Mein Erfahrungshorizont mit dem Einsatz von Tablets im Unterricht ist noch relativ gering. Mir wurde gesagt, ich darf rumlaufen. Nicht zu nah. Okay. Denn ich bin Klassenlehrer in einer Klasse 8 und bei uns beginnen oder haben die Schülerinnen und Schüler erst mit Beginn Klasse 8 eigene Tablets. Das heißt, bisher habe ich das auf einer relativ theoretischen Ebene begleitet. Seit diesem Schuljahr bin ich selber Lehrer in einer Tablet-Klasse und lerne jeden Tag dazu. Und die Punkte gehe ich jetzt mal einzeln durch. Der wohl trivialste Punkt ist, dass selbst die Kultusministerkonferenz erkannt hat, dass die Schulung von Medienkompetenz letztlich nur mit der Benutzung von Medien erfolgreich sein kann. Das heißt, wir sind als Schule verpflichtet, neue Medien einzusetzen, damit Schülerinnen und Schüler lernen, damit umzugehen. Damit halte ich mich gar nicht lange auf, das Statement steht und ist auch richtig. Ein weiterer Punkt ist aus meiner Sicht die Verfügbarkeit von Lernergebnissen, Arbeitsergebnissen überall und jederzeit. Was meine ich damit? Bei uns in der Schule ist es so, dass die Schülerinnen und Schüler ihre Arbeitsergebnisse jeden Tag am Ende einer Stunde von ihrem Tablet auf unseren Schulserver laden. Dieser Schulserver ist von außen erreichbar und so können Schülerinnen und Schüler, die zum Beispiel krank sind, von zu Hause theoretisch an den Materialien der anderen Schülerinnen und Schüler teilhaben, partizipieren. Sie können sie sich angucken. Sie können aber auch Arbeitsblätter, die der Lehrer hochlädt, zu Hause sehen. Jetzt kommt immer der Einwand und der ist auch vollkommen richtig. Schülerinnen und Schüler, die krank sind, sind halt krank und sind deswegen nicht in der Schule, weil sie nicht arbeiten können. Vollkommen richtig, aber ich kann mir auch Situationen vorstellen, in denen es für einen Schüler oder eine Schülerin, die zum Beispiel mit einem Beinbruch im Bett liegt, ganz hilfreich sein kann, nicht vollkommen vom Unterrichtsgeschehen abgehängt zu sein. Also diese Verfügbarkeit ist ganz hilfreich und aus meiner Sicht, bei uns haben die Schülerinnen und Schüler ihre Arbeitsmaterialien immer in der Schule. Die nehmen ihre Schulbücher nicht mit nach Hause, die nehmen das Tablet mit nach Hause und wenn am Montag ein Vokabeltest ansteht und Fritzchen plötzlich auf den Gedanken kommt, vielleicht soll ich mich doch darauf vorbereiten, habe aber meine Sachen zu Hause in der Schule liegen lassen, dann wird es schwierig. Fritzchen hat bei uns die Möglichkeit, eben auf diesen Server zuzugreifen. Ein ganz wichtiger Aspekt ist aus meiner Sicht die Frage des jeder Zeit. Wenn bei uns Mappen digital geführt werden, was die Schülerinnen und Schüler überwiegend tun, das sind aber freigestellt, müssen sie nicht, dann laden sie ihre Mappe von Klasse 5, Deutsch, Rechtschreibregeln auf den Server und die bleibt da liegen. Und dann kommen irgendwann die Abschlussarbeiten in Klasse 10, die Schülerinnen und Schüler überlegen sich, boah, ich will eine gute Note. Wie kriege ich das hin? Wir haben doch damals in Klasse 5 Rechtschreibregeln erarbeitet. Da ist es natürlich hilfreich, wenn sie mit ihrem Tablet von wo auch immer auf die Mappe der Klasse 5 zugreifen können. Hand aufs Herz, wer glaubt, dass seine Schülerinnen und Schüler in Klasse 10 noch die analogen, also die handschriftlich geführten Mappen aus Klasse 5 irgendwo wiederfinden? Ich glaube da nicht dran. Ich bin schon froh, wenn sie es ein Schuljahr durchhalten. Aber wenn das Ding erstmal auf dem Server liegt, die Verlockung, sowas zu löschen, da muss schon richtig Energie hinterstecken, das bleibt einfach liegen. Und somit ist tatsächlich die Möglichkeit, auf das Wissen von Klasse 5 am Ende von Klasse 10 zugreifen, zumindest da. Wenn man Schülerinnen und Schülern diesen Vorteil auch nahe bringt und deutlich macht, dann ist es natürlich so, dass sie dann diese Sachen auch gezielt nach oben laden auf dem Server, dass sie gezielt ihre Sachen behalten, um ihre Mappen irgendwann tatsächlich für sich selber nutzbar zu machen. Das ist zumindest die Hoffnung. Also jederzeit und überall. Funktioniert, wie gesagt, plattformunabhängig, wir machen das mit Tablets. Jetzt kommt der Punkt, das Überarbeiten von Arbeitsergebnissen. Also ich unterrichte das Fach Politik Wirtschaft und wir haben bei uns in der Mittelstufe das integrative Fach Gesellschaft Religion. Das ist Geschichte, Politik Wirtschaft, Religion und Erdkunde. In allen Fächern ist Sachtextanalyse ganz wichtig. Das heißt, man bekommt irgendwelche Texte, Quellen, wie auch immer und die Schülerinnen und Schüler müssen sinnentnehmend lesen. Das wird ihnen in der Regel dadurch beigebracht, dass sie anfangen müssen, Schlüsselworte zu unterstreichen oder zu markieren, Sinnabschnitte mit Überschriften zu versehen und den Text in einzelne Sinnblöcke zu unterteilen. Wenn man das das erste Mal macht, nehmen die Kinder sofort diesen gelben Textmarker in die Hand und in Windeseil ist das Blatt komplett gelb. Ich denke, das kennt auch jeder. So, das ist natürlich schwierig. Wenn das Blatt erstmal gelb ist, müsste ich es entweder nochmal als neue Kopie zur Überarbeitung reinreichen. Wenn das Ganze digital markiert worden ist, kann ich natürlich löschen. Ich kann meine Überschriften nochmal verändern. Generell also dieses Überarbeiten von Prozessen, von Lernprozessen und die dadurch wertvoller zu machen oder eben zu verbessern, Lernen als Prozess zu begreifen, das lässt sich mit Informationstechnologie sehr, sehr gut machen. Genauso ist es, Texte prägnanter zu schreiben. Also einen Text, den ich mit einem Kuli auf dem Blatt Papier geschrieben habe, dann wird dann angefangen mit Tippex oder Kugelschreiber durchzustreichen. Dann werden diese lustigen kleinen Sternchen gemacht, die dann auf irgendeine weitere Seite verweisen. Das geht alles. Aber schöner ist natürlich, Dinge einfach zu verändern, indem man die alten Sachen, die haben nicht mehr gefallen, löscht und ersetzt durch andere. Es gibt ja viele Methoden, die im Grunde versuchen, bei Schülerinnen und Schüler Ordnung ins Chaos im Gehirn zu bringen. So eine Strukturlegetechnik ist sowas. Oder eben auch die Mindmaps. Jeder, der mal selber richtig Brainstorming-mäßig eine Mindmap gemacht hat, hat sich dann immer geärgert, dass der Begriff, den man an den einen Ast geschrieben hat, eigentlich an den anderen Ast müsste. Oder dass Überschriften anders gewählt werden müssen oder so. Digital kann man das dann langsam anpassen. Während, wenn man das analog macht, im Grunde der erste Versuch schon sitzen muss oder es wird dann halt rumgeschmiert oder es ist Chaos. Ich denke, das ist relativ überzeugend, dass diese Überarbeitung von Lernprozessen oder Lernergebnissen wirklich hilfreich ist und einen Lernprozess in die Wege leitet. Kollaboratives Lernen. Das ist ein Beispiel aus meinem Unterricht hier links. Firma iSurf hat das Textmodul, das ermöglicht es, Schülerinnen und Schüler gleichzeitig an einem Dokument zu arbeiten. Das ist dann so farblich markiert. Dann hat jeder Schüler seine eigene Farbe und die arbeiten dann zusammen. Das ist ein richtiger Trend, habe ich festgestellt. Zum Beispiel Apple, die ganzen iWorks-Produkte haben seit neuestem die Möglichkeit, Personen zu dem jeweiligen Dokument hinzuzufügen. Und das ist dann tatsächlich so, dass Schülerinnen und Schüler gemeinsam an einem Dokument arbeiten. Während sie aber nicht gemeinsam am selben Tablet sitzen, sondern jeder an seinem Gerät. Aber die reden natürlich miteinander und erstellen gemeinsam ein Dokument. Finde ich persönlich eine schöne Sache, denn jeder muss und kann sich einbringen. Hier mit diesen farblichen Abhebungen wird dann auch deutlich, wer hat sich eigentlich wie beteiligt. Und da unten sind noch weitere Beispiele von Apps. Das links ist Quip. Da arbeiten wir als Schulleitung mit. Bayboard. SimpleMind ist ein Mind-Manager-Programm. Also dieser Trend, kollaboratives Lernen zu ermöglichen, der greift um sich. Und jeder, der mal eine Schreibwerkstatt im Fach Deutsch gemacht hat, weiß, wie schwer das ist, wenn sechs Schülerinnen und Schüler in einer Tischgruppe versuchen, auf einem A4-Blatt zu schreiben. Das ist ein bisschen schwierig. Geht, aber so ist es dann natürlich deutlich angenehmer. Multimedialität. Das sind jetzt auch drei Beispiele. Wie gesagt, da gibt es unfassbar viele Beispiele, die man noch anbringen könnte mit anderen Apps. Das sind jetzt nur drei. Links, Padlet, ist eine Applikation, die im Grunde sowas ist, wie ein digitales Post-it-Board. Man kann einzelne Zettel an eine Pinnwand kleben und die beschriften. Und man kann eben auch Links hinterlegen, Filme, Musik, Fotos. Der Fantasie sind im Grunde keine Grenzen gesetzt. Bei mir in der Klasse sind wir jetzt drauf und dran, unser Arbeits- und Übungsbrett, also für die Wochenplanarbeit entsprechend zu gestalten. Und das bietet mir als Lehrkraft, ganz anders zu unterstützen. Indem ich zum Beispiel als Tipp eine Internetseite hinterlege, die ich vorher geprüft habe, die ich gut finde und den Schülerinnen und Schülern eben die Möglichkeit gebe, entweder darüber hinaus zu arbeiten oder aber sich Hilfestellungen zum Beispiel aus dem Internet zu holen. Eine sehr schöne Sache. Und analog das hinzukriegen wäre schwierig. Ich würde wahrscheinlich eine URL handschriftlich oder ausgedruckt da hängen. Da müssten die Kinder erstmal in der Lage sein, das über ihren Browser richtig einzugeben. Alles relativ kompliziert. Da klickt man einfach auf den Link und es geht los. QR-Codes. Weiß jeder, was ein QR-Code ist? Das ist im Grunde wie so ein Barcode, was man vom Supermarkt kennt, von irgendwelchen Produkten, wo dann der Preis hinterlegt ist. Da kann man natürlich viel, viel mehr mit diesen Codes machen. Auch da können Filme verlinkt sein, Internetseiten, Musik, Fotos, wie auch immer. Und das wird bei uns immer häufiger, wenn wirklich noch Lernplakate gemacht werden, dann versuchen die Schülerinnen und Schüler über entsprechende QR-Codes weitere Informationen, die sie zum Thema gefunden haben, einfach in dem Lernplakat zu integrieren, indem sie den QR-Code daneben halten oder daneben kleben. Und die Schülerinnen und Schüler halten ihr Tablet, die Kamera drauf und es öffnet sich der entsprechende Link. Und damit ist das natürlich auch so ein Lernplakat, wenn man es dann noch analog macht, zusätzlich durch mediale Inhalte ergänzt. Der Klassiker ist eigentlich das Book Creator. Das ist das letzte Beispiel da rechts unten. Book Creator ist letztlich nichts anderes als die Möglichkeit für Schülerinnen und Schüler, eigene Lehrbücher oder Mappen zu erstellen. Das heißt, sie können zum Beispiel in der Projektarbeit ihre Arbeitsergebnisse grafisch anspruchsvoll darstellen. Und auch hier besteht die Möglichkeit, Filme oder Fotos oder dergleichen anzuhängen. Also Multimedialität aus meiner Sicht auch ein Mehrwert, den die Nutzung von Informationstechnologien im Unterricht bietet. Der wohl trivialste Punkt ist die Präsentationsmöglichkeit. Hier rechts unten ist ein Foto aus meiner Klasse und das ist dann gleichzeitig auch der technische Standard, der bei uns in allen Klassenräumen vorherrscht. Man sieht, es gibt noch eine Tafel, die wird auch nach wie vor noch benutzt, aber darüber hängt ein 65-Zoll-Monitor. Dahinter ist ein Apple-TV und ein Access-Point. Die Schülerinnen und Schüler haben also vernünftiges Internet und können sich über das Apple-TV selbstständig auf diesen Monitor schalten. Es ist aber auch, die Möglichkeit besteht auch, wenn ich über die Classroom-App zum Beispiel feststelle, dass eine Schülerin oder ein Schüler ein besonders gutes Arbeitsergebnis hat, dann kann ich über die Classroom-App das Ergebnis oder den Bildschirm des jeweiligen Schülers auf den Monitor beamen und kann damit mit der Klasse ins Gespräch kommen. Analog wäre das möglicherweise machbar, aber doch zumindest deutlich schwieriger. Also Präsentation. Verfügbarkeit von Wissen oder jederzeit und überall. Sind Leute im Raum, die kein Blut sehen können? Ich hoffe, keiner kippt um. Mir geht es um Folgendes. Es gibt ja so Highlight-Stunden, zum Beispiel im Fach Naturwissenschaften. Dann besorgt der Lehrer oder die Lehrerin unter hohem Aufwand finanziell und zeitlich dann acht Rinderherzen, die in der Klasse an einem bestimmten Tag in einer Doppelstunde gemeinsam seziert werden. Die Schülerinnen und Schüler, die zu diesem Zeitpunkt krank sind, gucken in die Röhre. Die können allenfalls die handgemalten Skizzen sich noch angucken, aber ansonsten haben sie eben dieses Erlebnis verpasst. Wenn Schülerinnen und Schüler nun mit ihrem Tablet diesen Prozess des Sezierens filmen und darüber hinaus einen Lehrfilm daraus bauen, indem sie mit Skitch, das ist eine weitere Applikation, mit der man Fotos und Filme beschriften kann, hier mit diesen Pfeilen und so weiter, wenn sie die dabei abfilmen, dann hat es zweierlei Effekte. Erstens, sie müssen sich natürlich überlegen, wenn sie den Film drehen, wie setze ich was in Szene, was will ich überhaupt zeigen? Und ich denke, das ist klar, dass wenn Schülerinnen und Schüler sozusagen diesen kreativen Umgang mit dem eigentlichen Prozess nochmal genau reflektieren, dann entwickeln sich kognitionspsychologisch natürlich ganz andere Verknüpfungen. Das heißt, wenn ich mir überlege, was ist wichtig am Thema, wie stelle ich es dar, wie beschrifte ich es, in welcher Reitfolge und so weiter, dann finden ganz andere Denkprozesse statt, als wenn sie nur nach Arbeitsblatt diesen Seziervorgang machen. Wenn jetzt ein Schüler oder eine Schülerin krank ist, daran nicht teilhaben kann, dann ist es doch zumindest ein gewisser Ersatz, wenn das Ganze filmisch dokumentiert ist. Und das sieht dann so aus. Da kommt auch gleich Ton. Also wie gesagt, jetzt wird es ein bisschen eklig. Also die überlegen sich dann halt, was wollen sie zeigen, was ist was, was da zu sehen ist? Wie beschriften sie es? Arterien, alles klar. Hier sieht man die Sägeklappe direkt. Ja, es ruckelt einer ein bisschen. Naja, und so weiter. Ich denke, es ist klar geworden. Also die müssen sich eben ganz genau überlegen, wie setzen sie was in Szene, was wollen sie zeigen, was ist wichtig eigentlich an dem, was sie da gerade tun. Und die Möglichkeit bietet eben, das Ganze zu filmen. Eine Sache, die man, denke ich, analog nur schwer realisieren kann. Rechts unten habe ich leider nur ein Bild. Ich weiß nicht, wie viele Sensoren das Tablet inzwischen hat. Ganz, ganz viele. Und es gibt eine Firma, die heißt Fübe, die stammt aus Göttingen, da wo ich auch herkomme. Und die bietet für das Tablet Messsensoren an. Und ich weiß nicht, wie viele unterschiedliche Messungen inzwischen mit dem Tablet durchzuführen sind. Aber jeder, der im Physikunterricht zum Beispiel mal versucht hat, so Messreihen durchzuführen, weiß, dass dann in der Regel 20 Kinder versuchen, sich an drei Geräten, Messgeräten, die, weil die ja sündhaft teuer sind, die Köpfe zusammenzustecken und irgendwie was zu sehen. Mit diesen Messfühlern oder diesen Sensoren ist es eben möglich, ganze Versuchsreihen mit einer überschaubaren Zahl von Schülerinnen und Schülern pro Endgerät durchzuführen. Und das eröffnet aus meiner Sicht eben auch ganz neue Möglichkeiten für die Frage des Naturwissenschaftsunterrichts. Auch ein Vorteil, den ich, wie ich eben meine, so analog nicht ohne weiteres herstellen kann. Individualisierung stand vorhin auf dieser Liste. Und das ist auch ein Beispiel aus meiner Stammgruppe. Ich habe einen Schüler, Pascal, der hat sonderpädagogischen Förderbedarf. Und der hat unter anderem ein Problem, der kann ganz, ganz schlecht schreiben. Der schreibt so schlecht, dass er hinterher nicht lesen kann, was er selber geschrieben hat, geschweige denn seiner Mitschülerinnen oder wir als Lehrkräfte. Dem ist das aber auch egal, der interessiert sich nicht dafür. Und mit dem Beispiel, was ich jetzt zeigen muss, haben wir es geschafft, ihn dafür zu sensibilisieren, dass seine Schrift lesbar sein muss. Und zwar funktioniert das mit der App Nebo. Nebo, das ist letztlich einfach nur eine Handerschrift, Erkennungssoftware, die in Echtzeit zeigt, was sie gerade liest. Das heißt, Pascal nimmt seinen Stift in die Hand, schreibt auf dem Tablet, auf dieser App Nebo. Und oben, das zeige ich gleich, wird ihm mit Druckbuchstaben dargestellt, was er da gerade geschrieben hat, sofern es erkannt wird. Und plötzlich hat der kleine Kerl ein Interesse daran, so zu schreiben, dass da vernünftige Worte bei rauskommen. Das war dem vorher egal. Und jetzt hat er aber praktisch in Echtzeit eine Rückmeldung vom Programm, du hast gerade das und das geschrieben, das findet er dann selber doof und versucht das dann richtig zu schreiben. Ich bin sicher, dass die Entwickler von Nebo diesen Nebeneffekt oder diesen schönen Effekt, den die App bringt, nicht im Sinn hatten. Die wollten einfach nur Leuten ermöglichen, nicht tippen zu müssen. Aber für Pascal hat es eben eine ganz, ganz andere Bedeutung. Der hat plötzlich ein Interesse daran, so zu schreiben, dass die Maschine das lesen kann. Und was die Maschine lesen kann, können wir auch lesen. Und kann er später auch lesen. Das ist praktisch. Und ich demonstriere das mal kurz. Also ganz klein kann man oben erkennen, dass das Programm in Echtzeit das, was ich handschriftlich mache, übersetzt. Das Tolle ist, das Programm kann auch mathematische Formeln. Zu mehr hat mein mathematischer Intellekt leider nicht gereicht. Ich entschuldige das oder bitte das zu entschuldigen. So und wenn das dann alles richtig ist, dann kann er sogar mit diesen drei kleinen Punkten auf der rechten Seite oben das Ganze dann in Druckbuchstaben umwandeln lassen. Das ist möglicherweise ein Gimmick. Aber das für mich wirklich faszinierende ist, dass wenn man ein bisschen kreativ mit den Apps umgeht, man tatsächlich die Möglichkeit hat, im Hinblick oder im Sinne der Individualisierung, auf ganz spezielle Bedürfnisse von ganz speziellen Schülerinnen und Schülern einzugehen und denen Hilfestellungen zu geben. Das funktioniert insbesondere eben im Bereich des sonderpädagogischen Förderbedarfs. Und das war nur so ein kleines Randbeispiel. Noch mal kurz zusammengefasst. Das, was man bei Digitalisierungsprozessen, sofern die Technik mitspielt, dann doch sehr, sehr schnell hat, ist eben dieser Bereich der Substitution. Das funktioniert schnell. Ist im Übrigen auch ganz toll für Kolleginnen und Kollegen, die Berührungsängste haben. Zum Beispiel mit dem Tablet. Aber der Vorteil, eben nicht mehr zum Kopierer rennen zu müssen, sondern per Fingerdruck einer ganzen Klasse in Windeseile die Arbeitsblätter auszuteilen, ist für viele Leute schon ein Mehrwert, der sie davon oder der sie zumindest die Berührungsängste gegenüber der Technik ein bisschen verlieren lässt. Und das geht dann immer so weiter. Und irgendwann bekommen sie dann hoffentlich auch Lust, weiterzugehen, Dinge auszuprobieren und den Mehrwert abzuschöpfen. Und den Mehrwert habe ich hier nochmal zusammengefasst, aber habe ich ja eben auch, denke ich, hinreichend dargelegt. Jetzt kommt der vorletzte Punkt. Ich habe ja eben gesagt, dass dieser Mehrwert abzuschöpfen sei plattformunabhängig. Ja. Allerdings sehen wir, und deswegen haben wir uns dafür entschieden, eben in der Frage oder in der Entscheidung für die Tablets noch ganz entscheidende Vorteile. Ich war mal Lehrer in der Notebook-Klasse und die Dinger, die Akkulaufzeiten waren dann gegen Ende, nur noch bei drei Stunden. Das heißt, also man musste sich innerhalb des Kollegiums absprechen, wer denn an dem Tag die Tablets oder die Notebooks benutzen darf. Bis die hochgefahren waren, waren teilweise zehn Minuten vergangen. Diese Boot-Zeiten hat man mit den Tablets natürlich nicht und der Akku läuft bei normaler Nutzung zwei, vielleicht sogar drei Tage. Diese Schwierigkeiten hat man eben nicht. Updates laufen in der Regel im Hintergrund und bremsen die Maschine nicht aus. Ich weiß jetzt kein Desktop-Rechner oder kein Notebook, bei dem man so einen Stift benutzen kann. Das ist, glaube ich, eine relativ neue Entwicklung, kann aber sein, dass es das gibt, das weiß ich nicht genau. Aber dieser Stift ist echt für mich der große Wurf. Man hat es gerade eben gesehen. Damit kann man unglaublich viel machen. Und penal vergessen ist dann halt nicht mehr, man hat ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und wenn der Stift tatsächlich mal weg ist, kann man es immer noch mit dem Finger bedienen. Das ist ganz gut. Ganz entscheidender Vorteil, gerade Stichwort Schulträger und Schulbudget. Ich sage mal, 80 Prozent der Apps, die wir bei uns in der Schule benutzen, sind kostenfrei. Es sind nur relativ wenige Apps, die tatsächlich was kosten. Und die Apps, die was kosten, und das hat was mit unserem Administrationstool, dem MDM-Server zu tun, können wir Schülerinnen und Schüler verleihen. Und wenn die die Schule verlassen, entziehen wir ihnen die Lizenz wieder. Und das hat den angenehmen Vorteil, dass wir die Apps aus dem Schulbuchetat bezahlen dürfen. Das ist vom Kultusministerium abgesegnet. Denn Lernmittel, die man den Schülerinnen und Schülern leihweise zur Verfügung stellt, müssen nicht nur Bücher sein, sondern können eben auch andere Sachen sein. Und deswegen bezahlen wir zum Beispiel die Taschenrechner-App, die die Schülerinnen und Schüler bzw. deren Eltern Anfang Klasse 8 kaufen müssen, aus dem Schulburettat und haben jetzt für die gesamte Schule hinreichend viele Lizenzen. Das heißt, die Kosten laufen später nicht mehr auf. Administration über MDM habe ich, das ist sehr technisch. Bei uns wird jedes Tablet für die Schülerinnen und Schüler individuell konfiguriert. Das passiert über einen Rechner, den MDM-Server. Und da hat man sehr, sehr viele Einstellungsmöglichkeiten. Ich kann zum Beispiel, wenn Eltern sagen, ich möchte nicht, dass mein Kind mit dem Tablet Spiele spielt, dann können wir einfach einstellen, dass das Kind gar keine App-Store hat. Kann also keine Spiele runterladen, sondern hat ausschließlich die Apps auf dem Tablet, die von der Schule gepusht werden. Und das ist natürlich noch ein weiterer Sicherheitsaspekt. Naja, und dass man mit so einem Tablet, mit dem Kauf dieses Gerätes einen riesigen Werkzeugkoffer mitbekommt, man kann Tonaufnahmen machen, Filme, Präsentationstools, die ganzen iWorks-Programme, also Tabellenkalkulation, Textverarbeitungsprogramme und, und, und. Es ist alles in einem Gerät, alles ist da. Sobald das Tablet da ist, sind auch all diese Funktionalitäten da, die Schülerinnen und Schüler dann auch ganz individuell nach ihrem Wunsch, da habe ich was gesehen, ganz individuell nach ihrem Wunsch einsetzen können. Da gab es eine Meldung, glaube ich, oder? Bitte? Machst du dann, gut. Ich bin jetzt auch am Ende. Ganz kurz, wo wir noch hinwollen, also es läuft schon ganz gut, aber diesen Mehrwert abzuschöpfen, da sind wir alle noch am Arbeiten. Also ich stelle fest, das macht großen Spaß, das auszuprobieren. Ich glaube, man darf sich nie zu schnell mit dem zufriedengeben, was man erreicht hat, sondern man sollte immer neugierig bleiben und gucken, dass man noch weitere Schätze heben kann. Und ich glaube, das ist etwas, was bei uns im Kollegium noch deutlicher verankert werden muss. Also die Lust zu entwickeln, diese Sachen auszuprobieren und sich nicht mit dem zufrieden zu geben, was man hat. Das wäre aus meiner Sicht eine ganz wichtige Sache, das weiterzuentwickeln. Und ich vermute, dass wir mittelfristig die Tablets dann auch schon ab Klasse 5 einsetzen werden. Ja, der Rest steht da. Damit bin ich mit meinen kurzen Ausführungen am Ende. Und wir haben tatsächlich noch gut zehn Minuten Zeit, um vielleicht Fragen zu machen.